Ja, es gibt schon so die ein oder anderen Privatfahnder, die was rausfinden und dann natürlich als allererstes Mal zu WhatsApp gehen und das, was sie rausgefunden haben, weiterverbreiten. So gerade aktuell geschehen in Münster. Da sahen Eltern einen Verdächtigen, dachten, das wären Kinderschänder, machten Fotos von ihm und schickten diese Bilder sofort in Eltern-WhatsApp-Gruppen rum, um andere Eltern zu warnen. Es stellte sich nachher etwas ganz anderes raus. Was da passiert ist, was den Eltern droht und was sich in Wirklichkeit abgespielt hat, klären wir in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde, Beuger & Solmecke. Und was sich da kürzlich in Münster abgespielt hat, ist eigentlich schon fast traurig. Es gab einen jungen Menschen, der hatte noch nie in seinem Leben zuvor Schnee gesehen. Und er war in Münster als Flüchtling angekommen und freute sich so sehr über den Schnee, dass er versuchte, Kinder anzusprechen, dass sie ihn fotografieren. Er konnte aber kein Deutsch, die Kinder haben ihn nicht verstanden und andere Eltern haben das Ganze mitbekommen und dachten, was spricht der unsere Kinder an? Ein Flüchtling, der unsere Kinder anspricht, wo es doch hier in Münster letztens oder in der Umgebung noch andere Ansprachen von Kindern gab, die vermeintlich kritisch und gefährlich waren. Und die Eltern posteten Folgendes, hier läuft ein Kinderschänder rum in Münster. Die Polizei ermittelte und stellte fest, nee, das war kein Kinderschänder, das war einfach nur ein 30-jähriger Asylbewerber, der eben mehrere Kinder angesprochen hatte, weil er das erste Mal Schnee gesehen hatte und fotografiert werden wollte. Der Polizei blieb jetzt nichts anderes übrig, als ihrerseits Ermittlungen gegen die Eltern aufzunehmen, die erstens die Bilder angefertigt hatten von dem Asylbewerber und damit so eine private Fahndung gestartet hatten. Und was sind das für Straftatbestände, die jetzt die Eltern wiederum verwirklicht hatten? Nun, zunächst mal üble Nachrede. Da heißt es, wer ohne Wahrheitsbeweis rufschädigende Äußerungen über jemanden verbreitet, kann mit bis zu zwei Jahren Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bestraft werden. Und da kommt strafschärfend auch noch hinzu, dass Fotos von dem Mann verbreitet worden sind, dass der konkrete Verdacht der Kinderschändung mitverbreitet worden ist. Dann könnte man noch überlegen, ob das hier auch noch eine Straftat wegen falscher Verdächtigung ist. Das allerdings nicht, denn eine falsche Verdächtigung, die kommt immer nur dann in Betracht, wenn man jemanden einer Straftat bezichtigt, obwohl man weiß, dass er die Straftat nicht begangen hat. Also wenn man ihn wieder besseren Wissens bezichtigt. Und das war ja hier nicht der Fall. Die Eltern dachten ja zumindest, der wäre wirklich ein Kinderschänder. Was ist ansonsten hier noch falsch gelaufen? Naja, sie haben natürlich auch das Recht am eigenen Bild verletzt und könnten dafür theoretisch von dem Asylbewerber abgemahnt werden. Glaube ich nicht, dass seinerseits hier irgendwas passiert, weil er ja kein Deutsch spricht. Er konnte sich ja mit gar keinem verständigen. Dadurch ist es ja überhaupt erst zu diesem Riesenmissverständnis gekommen. Und seine Persönlichkeitsrechte wurden natürlich auch verletzt. Spannend ist vielleicht noch die Frage, was passiert mit all denjenigen, die diese Nachricht weiter verbreitet haben. Da muss man zunächst mal sagen, dass auch WhatsApp und größere WhatsApp-Gruppen schon eine Öffentlichkeit darstellen, in der ich nicht ohne weiteres irgendwas Unwahres so teilen oder liken darf. Und apropos teilen oder liken, das ist etwas, was die Gerichte noch nicht abschließend entschieden haben. Aber die Tendenz geht wie folgt. Wenn man beleidigende Äußerungen liked, dann sagen die Gerichte, macht man sie sich zu eigen und würde dann auch wegen einer Beleidigung selbst verurteilt werden. Teilt man sie nur weiter und das ist wirklich kurios, dann sagen die Gerichte, ja, das ist zivilrechtlich, kein zu eigen machen. Zivilrechtlich kann da nichts passieren. Strafrechtlich könnte es aber trotzdem eine üble Nachrede sein. Also besser, das ist sozusagen mein Tipp, bei all dieser undurchsichtigen Rechtslage zum Teilen und Liken, solche Posts, von denen ihr nicht wisst, ob sie wahr sind oder falsch sind, und davon gibt es verdammt nochmal viele auf Facebook, besser nicht weiter verbreiten. Ihr könnt es nicht beurteilen und könntet selbst in die Haftung kommen. Ich glaube nicht, dass den Eltern jetzt hier sonderlich viel passiert, die hier ein bisschen voreilig den Asylbewerber als Kinderschänder bezeichnet haben. Rein rechtlich wäre das aber möglich, sowohl gegenüber den Eltern als auch gegenüber den Weiterverbreitern, und zwar zivilrechtlich und strafrechtlich, wobei da die Rechtslage, das sage ich ganz deutlich, ziemlich undurchsichtig ist. Im Übrigen sind solche privaten Fahndungen, habe ich hier auf Facebook, ach, auf Facebook, wo sind wir denn hier, bei YouTube schon öfter gesagt, sowieso illegal, gab es doch diesen Fall irgendwo in Norddeutschland, Flensburg oder so, wo jemand sogar dann im Rahmen der privaten Fahndung zu einem, noch zur Lünsch-Justiz aufgerufen hat, da saß so ein Kinderschänder im Gefängnis, der sollte aus dem Gefängnis rausgeholt werden, getötet werden, stellte sich aber alles als falsch raus, der war das gar nicht, also schon krass, was man mit solchen privaten Fahndungen alles anrichten kann. Da haben wir auch ein Video zu gedreht, das ihr euch gerne nochmal anschauen könnt, habe ich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und warum ist das so, dass die private Fahndung so kritisch gesehen wird? Nun, in Deutschland gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Jeder ist so lange unschuldig, bis er rechtskräftig verurteilt worden ist. Und deswegen sind für Fahndungen, Öffentlichkeitsfahndungen, auch hohe Hürden aufgestellt worden. Und die findet ihr in Paragrafen 131a, 131b der Strafprozessordnung. Da steht drin, dass die Staatsanwaltschaft sogar einen richterlichen Beschluss benötigt, um überhaupt eine Öffentlichkeitsfahndung ausrichten zu können, weil Grundrechte der Betroffenen unter anderem natürlich betroffen sind. Es kann ausnahmsweise eine mediale Berichterstattung durch die Presse erlaubt sein. Das ist die sogenannte Verdachtsberichterstattung. Aber ehrlicherweise ist das nochmal ein Extrathema, hochkomplex und hat nichts mit der privaten Fahndung auf Facebook oder in WhatsApp-Gruppen zu tun. Kurz zusammengefasst, hier wollte ein Asylbewerber sich nur einmal im Schnee fotografieren lassen, wurde direkt als Kinderständer bezeichnet und das Ganze ging dann noch bei WhatsApp drum. Jetzt droht ihm nichts, aber den Eltern, die ihn falsch verdächtigt haben. Wenn euch solche Themen interessieren, lasst gerne ein Abo da. Wir gucken, was wir finden. Gerne auch Themenvorschläge hier unter die Kommentare posten. Wenn die Themenvorschläge möglichst viele Daumen raufbekommen, dann sehe ich das natürlich auch. Wir haben ja tausende Kommentare und dann können wir da das Beste rauspicken und auch ein Video dazu drehen. Haltet einfach die Augen und Ohren offen und präsentiert uns, was vielleicht aus eurer Sicht rechtlich einmal genauer betrachtet werden sollte. Ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen hier schon wieder. Was wir morgen zeigen, seht ihr in der Videobeschreibung. Tschüss und bis dahin.